hi leute willkommen zu einem neuen let's play ja dieses mal ich hatte in den kommentaren so schon so ein bisschen angerissen spielen wir den ersten teil von x den werde ich wie auch bei x rebert nur so neben beispielen das heißt es wird kein erst ein main let's play wo hier irgendwie drei vier videos in der woche kommen das wird sich vielleicht noch mal ein bisschen steigern wenn wir bei x4 so irgendwie so eine downtime bekommen aber ansonsten ist eigentlich ja x rebert und der erste teil jetzt hier eigentlich mehr so als lückenfüller wobei der erste teil ganz interessant sein wird im vergleich 6 4 und aus dem grund spielen wir das auch und ja noch ein paar andere gründe ich würde sagen wir gucken uns zuallererst mal noch mal das intro an und ja dann haben wir schon einen guten einblick in das x-universum selbst dies ist die geschichte des ultimativen traums ein menschheitstraum ein traum vom ausbrechen aus den grenzen des eigenen planeten ein traum von freiheit im eigenen universum ein traum vom erreichen der sterne die erste grenze war die schwerkraft ihr erstes ziel war der mond schon bald durchbrachen mächtige raketen diese grenze doch es dauerte nicht lange und sie standen der nächsten grenze gegenüber der lichtgeschwindigkeit es wurde viele jahre geforscht bis das genie der menschheit das sprungtor erfand diese erfindung erlaubte den raumschiffen viele millionen lichtjahre in einem satz zurückzulegen die menschheit konnte nun mit der erforschung neuer systeme und galaxien beginnen die kolonisation neuer planeten war nicht einfach abweichende lebensbedingungen ungastliche landschaften und der transport der materialien machte den bau der kolonien sehr teuer und schwierig wieder einmal lieferten forscher und erfinder die antwort ein mächtiger roboter wurde entwickelt der planeten terraformen und kolonien bauen konnte sowie die terraformer ihre arbeit beendet hatten waren die kolonien bereit menschen aufzunehmen und vielen siedlern ein neues leben unter den sternen zu ermöglichen im verlauf der jahre breitete sich die menschheit auf viele verschiedene sternensysteme aus gleichzeitig jedoch entwickelten die terraformer eine eigene intelligenz sie begannen zu denken im geheimen planen sie einen aufstand gegen ihre schöpfer mit einem überraschungsangriff verwickelten sie die menschen in den tödlichsten und zerstörerischsten krieg aller zeiten die weit verstreuten kolonien der menschen waren darauf nicht vorbereitet und viele wurden bei den ersten angriffen vernichtet die terraformer brauchten nicht lange bis sie den letzten schlag gegen die menschen planten den angriff auf die erde selbst nur eine kleine gruppe mutiger piloten rettete die erde vor der zerstörung indem sie die übermächtige flotte der terraformer in ein verstecktes sprungtor lockte beide flotten verschwanden für immer und das sprungtor wurde vernichtet die menschheit brauchte über 500 jahre um sich von diesem krieg zu erholen 500 jahre in denen die menschen wieder an ihren heimatplaneten gebunden waren doch der traum lebte weiter zehn generationen von wissenschaftlern arbeiteten hart um die sterne wieder zu gewinnen und schließlich bauten sie einen neuen raumschiff typen dieses schiff besser bekannt als das experimentelle shuttle ist das erste schiff das große interstellare distanzen zurücklegen kann ohne einsprungtor zu benutzen der prototyp ist nun bereit zum testflug ok so habt ihr ja mitbekommen die meisten werden es wohl auch noch kennen von früher wir fliegen jetzt mit dem experimentellen shuttle hier los und versuchen wieder ins universum zu gelangen von der erde aus und ich würde sagen wir starten jetzt hier einfach mal noch ein kleines intro dazu das schauen wir uns auch gerade mal an ich finde gerade bei so alten spielen sollten wir uns da wirklich mal alles gönnen ist ja auch so ein bisschen all geschichte hier von unserer x-serie mission control an x-prototyp alle systeme grün wir sind bereit für den start in t minus 20 sekunden alle stationen auf stand bei 10 9 8 7 6 4 3 2 1 zündung start sequenz abgeschlossen bericht alle systeme grün kommunikation wir sind online laut und deutlich medizinische station alle lebenszeichen stabil bestätigt alle stationen auf stand bei für testprozeduren ok x pilot wir beginnen mit den standardprozeduren von anfang an wir beginnen mit dem beschleunigungs und bremstest um die triebwerks kapazität einschätzen zu können starten sie die beschleunigungsphase indem sie die beschleunigungs taste drücken oder die schubkontrolle an ihrem controller benutzen betätigen sie keine anderen kontrollen als die für die beschleunigung um den test abschließen zu können müssen sie auf höchstgeschwindigkeit beschleunigen fertig countdown für beschleunigung test okay dann ja im endeffekt haben wir ja so eine art ja tutorial vom spiel selber das spielen wir jetzt mal so ein klein wenig durch hier mark lange gibt es sowieso nicht und ja gucken wir mal gute arbeit pilot wir haben die werte und können jetzt zum nächsten schritt kommen beginnen sie das bremsmanöver indem sie die bremstaste drücken oder die schubkontrolle an ihrem controller benutzen countdown für bremsmanöver drei zwei eins ok dann tun wir noch einmal bremsen ja nur zur grafik her ich meine ist ein altes spiel der erste teil kam damals 99 raus und ich habe es tatsächlich alles von erst mal reden hier das schiff wurde so entworfen dass der pilot sie schnell mit der steuerung vertraut machen kann und ein direktes physikalisches feedback der kontrollen bekommt dieses schiff ist mit einer drei achsensteuerung ausgerüstet dadurch haben sie die möglichkeit das schiff nach oben und unten sowie seitwärts zu lenken und es im oder gegen den urzeigersinn rotieren zu lassen die gesamten kontrollen können natürlich auch mit dem joystick bedient werden falls ein geeignetes gerät angeschlossen ist üben sie ein wenig mit den kontrollen nach eigenem ermessen während wir unsere überwachungsgeräte auf den test vorbereiten wir werden mit dem eigentlichen manövriertest in 60 sekunden beginnen hier spricht der diensthabende technische offizier wurde der sekundärkreislauf geprüft ja alle werte befinden sich im nominalbereich in ordnung und wie sieht es mit den kernspulen aus einen moment alles klar sehr gut wie weit sind sie mit dem systemcheck des computers leuten an morgenlohn er ist zu 70 prozent abgeschlossen die neue software scheint endlich stabil zu laufen will ich auch hoffen bei den hohen entwicklungskosten wir haben hier ein kleines problem mit den nano kühlaggregaten aber das können wir von hier aus beheben wir arbeiten dran in ordnung ok kühlaggregate laufen wieder stabil gut zu hören wie sieht es mit den lebenserhaltenden systemen aus alles im grünen bereich auch hier alles in ordnung durchlaufen checks system 1 ok system 2 ok system 3 ok alle systeme einwandfrei sir starten jetzt einen letzten lauf der simulation system aktiviert simulation erfolgreich abgeschlossen sir es sollte zu keinen komplikationen kommen es ist soweit pilot wir fahren mit den tests fort ich hoffe sie haben genug zeit um sich mit den kontrollen vertraut zu machen der manövriertest beginnt bei den koordinaten 1 0 3 4 5 die position ist auf ihrem radar mit einem roten punkt markiert an den linien die von dem punkt ausgehen können sie ablesen ob sich die position über oder unter ihnen befindet begeben sie sich bitte zum testgebiet damit wir mit dem testlauf beginnen können hier ist mission control bringen sie ihr schiff zum vollständigen stillstand und richten sie es auf die erste anordnung der kessler ringe aus an alle stationen bericht alle bio werte immer noch normaler wir glauben dass die solarwände die interferenzen verursachen alle systeme grünen alle kommunikationssysteme funktionsbereit sir wir haben leichte turbulenzen im steuerbordantrieb entdeckt nichts ernstes in ordnung alle stationen auf stand bei für den kesslerlauf pilot in diesem test müssen sie nacheinander die kessler ringe durchfliegen es ist wichtig dass sie in der mitte der ringe bleiben da wir bei einer kollision mit einem der ringe von vorne anfangen müssen sollten sie schwierigkeiten mit der steuerung des schiffes haben verringern sie einfach die geschwindigkeit damit ihnen mehr zeit bleibt um auf die richtungsänderungen zu reagieren alle stationen achtung der countdown für den kesslerlauf beginnt 5 4 3 2 1 start okay so wir dürfen jetzt hier unseren kleinen parkour fliegen wie wichtig eigentlich hier diese ringe später noch sein werden da sehen wir dann noch die meisten werden schon öfters mal ein spielstand geladen haben weil sie eben nicht in diesen kreisen hier geblieben sind zumindest bei stationen ich denke mal das bekommen wir eigentlich ziemlich gut hin können uns am grunde auch zeit lassen ich spiele das ganze jetzt hier mit der tastatur tatsächlich ich habe es früher also da waren wir eben gewesen ja wann hatte ich angefangen mit zehn elf jahren so 2001 war das gewesen und da war das spiel in so einem heft drin gewesen man kennt ja diese tollen hefte hier und da war ich dabei gewesen und ja so bin ich eigentlich auch in die x serie reingekommen damals hatte dann bei einem hochpotenten 400 megahertz rechner hier x1 gespielt ja das hat ist aber gelaufen hat funktioniert und habe da echt viel zeit investiert in den ersten teilen was wir noch machen können und überhaupt das werden wir dann noch sehen und wie sich das ganze dann zu x4 unterscheidet das wird bestimmt phänomenal aber ich denke es wird interessant so fliegen wir jetzt hier mal die letzte ich hätte auch glaube ich dass hier der erste teil gar nicht als let's play nehmen können also zumindest mal nicht als erstes spiel denn ihr werdet feststellen dass wir da die ersten spielstunden eher wenig interaktion mit dem spiel selber haben umso wichtiger wäre es dann dass ich euch dann vielleicht ein paar sachen noch erzählen werde aber bis dahin gute arbeit pilot warten wir erst mal hier lassen sie uns nun zum dritten teil unserer testreihe kommen unser dritter test beschäftigt sich mit der funktionalität des hat der x prototyp ist mit einem effizienten zielerfassungssystem ausgestattet das mit dem bordcomputer verknüpft ist sie können objekte im raum anvisieren indem sie ihr schiff so manövrieren dass das gewünschte objekt in der nähe des zielkreuzes direkt vor ihnen erscheint drücken sie dann den knopf für die zielansprache um allgemeine informationen über ihr ziel zu erhalten um weitere informationen über ihr ziel zu erhalten drücken sie den informationsknopf der on board computer wird ihnen daraufhin alle relevanten daten aus den internen speicherschaltkreisen anzeigen wir haben einige ferngesteuerte drohnen in ihrer näheren umgebung platziert manövrieren sie der raumschiff dorthin und visieren sie eine drohne nach der anderen an sie können ihr ziel auf das nächste objekt ihrer sicht umschalten indem sie den knopf ziel wechseln drücken nachdem sie eine drohne erfasst haben drücken sie den informationsknopf der test wird fortgesetzt sobald sie alle drohnen erfasst und untersucht haben okay machen wir das mal gerade hier mit der i-taste läuft das hier auch aber gut gemacht pilot im nächsten schritt wird die vom schiff ferngesteuerte kamera gestartet lokalisieren und erfassen sie ein objekt drücken sie dann den knopf kamera starten um die kamera zum anvisierten ziel zu schicken das bild wird direkt auf ihre netzhaut projiziert sie werden daher nicht mehr das cockpit und die normale umgebung sehen können seien sie vorsichtig wenn sie die kamera benutzen da ihr schiff unter umständen mit objekten zusammenstoßen könnte während sie sich die kamerabilder ansehen sie können die kamera um das zielobjekt im oder gegen den uhrzeigersinn rotieren lassen indem sie die knöpfe kamera links beziehungsweise rechts rotieren drücken sie können auch an das ziel objekt heran oder weg zoomen drücken sie dazu die knöpfe kamera zoom in beziehungsweise out während ihre kamera unterwegs ist können sie die kamera mit dem knopf ziel wechseln auf das nächste objekt aufschalten sie können die kamera übertragung unterbrechen indem sie den knopf cockpit an sich drücken damit wird auch ein rückruf an die kamera gesendet an alle stationen bericht die bio displays zeigen normale werte so alle kommunikationsgeräte ok sir wir erhalten immer noch einige ungewöhnliche werte vom steuerbautriebwerk wir überprüfen im augenblick die software aber ich sehe momentan keinen grund warum wir die testprozeduren abbrechen sollten sehr gut berichte aufgezeichnet alle stationen weitermachen kommen wir nun zum vierten testpilot dem test der waffensysteme des schiffs der x prototyp ist mit der energiereichsten laser kanone die je entwickelt wurde und mit zwei raketen für null schwerkraft ausgerüstet hauptsächlich wurden diese waffen entwickelt um raumüll und kleinere asteroiden zu zerstören um die laser abzufeuern drücken sie den feuerknopf auf ihrer kontrolleinheit um raketen abzuschießen drücken sie den knopf raketen starten auf ihren kontrollen probieren sie ruhig auch diese kontrollen aus da sie noch keine raketen an bord haben der erste schritt im waffentest besteht darin ein objekt zu lokalisieren und zu erfassen wir haben in der näheren umgebung einige ferngesteuerte drohnen platziert sie müssen sie finden erfassen und anschließend mit ihrem laser zerstören ok so dürfen wir das denn jetzt schon oh ich treffe ja herzlich wenig so jetzt aber hier gibt es keine zielhilfe guter schusspilot einige drohnen verstreuen kleine frachtcontainer wenn sie zerstört werden sie können diese container erfassen um informationen über den inhalt zu erlangen und sie aufnehmen indem sie die frachtluke öffnen sobald sie sich sehr nah bei den containern befinden denken sie daran die frachtluke wieder zu schließen wenn sie nichts aufgenommen haben da sonst ihre schilde weiterhin deaktiviert bleiben der x prototyp ist in dieser hinsicht sehr verwundbar sie öffnen und schließen die frachtluke so ja ja wenn sie eines containers speziell für den prototypen entworfen wurde wird er sofort angebracht wenn nicht wird er im frachtraum gelagert sie können auch fracht durch die frachtluke nach draußen befördern bewegen sie die frachtmarkierung mit dem knopf fracht wechseln und drücken sie dann luke bedienen um die markierte fracht abzuwerfen glückwunsch sie haben gerade einige raketen für ihr schiff aufgesammelt sie werden nun automatisch eingebaut und stehen ihnen dann zur verfügung um die raketen zu benutzen müssen sie zuerst ein ziel erfasst haben sobald dies geschehen ist starten sie die rakete indem sie auf den knopf rakete starten drücken die rakete wird nun selbst steuernd auf das ziel zufliegen sollte der rakete jedoch der treibstoff ausgehen bevor sie das ziel erreicht zerstört sie sich selbst wir werden nun einige drohnen starten die nur von raketen zerstört werden können sie müssen sie alle zerstören um diesen teil der testläufe zu beenden okay kommandoschiff erfasst dann lassen wir mal das schiff hier mal die drohnen starten ah da ist doch schon einer kommandoschiff erfasst und ja da schießen wir mal unsere erste rakete raus das sollte jetzt eigentlich relativ problemfrei funktionieren oh das war toll ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht was die für eine reichweite jetzt äh hatten haben obwohl sie eigentlich durch den simulator gegangen sein müssten möchte ich fast annehmen dass sie es irgendwie geschafft haben sich davor zu drücken ich gebe ihnen noch eine chance weil das hier alles ziemlich neu ist wir werden einen frachtcontainer mit raketen aussetzen nehmen sie ihn bitte auf und fahren sie mit dem test fort ok gut das hat dann ganz so gut geklappt dann sammeln wir jetzt hier mal die steuerung ist echt schwierig ähm turbo aktiviert warnung frachtluke offen frachtraum ja so dann schießen wir gehen direkt mal los hier frachtraum geleert äh das sieht doch schon besser aus kommandoschiff drohne erfasst drohne erfasst drohne erfasst mhm turbo aktiviert so ich denke die sollte jetzt löpfen so gut gemacht pilot die waffensysteme scheinen optimal zu arbeiten nun folgt der letzte test das ist der moment auf den wir alle gewartet haben der sprung alle stationen status bitte wir messen einen etwas erhöhten pult sir ich denke das ist die aufregung alle bio-werte im grünen bereich alle signale laut und deutlich sir nicht außer den üblichen statischen geräuschen kommunikation funktionsbereit äh wir debuggen immer noch die analyse software des antriebs sir das sind einige anzeigen die so nicht stimmen können es muss ein kleiner fehler der software sein ein moment mein team erzählt mir gerade dass sie ein minimales problem im datenauswertungskern gefunden haben die schwierigkeiten sollten jetzt beseitigt sein wir initiieren eine triebwerks simulation wir erwarten status grün in t 60 sekunden sehr gut pilot ich nehme an sie wissen es bereits aber die vorschriften zwingen mich dazu es ihnen nochmal zu erzählen der x prototyp ist mit einem speziellen gerät für einen raumsprung ausgestattet die technologie stammt von den alten sprungtoren die unsere vorfahren vor hunderten von jahren gebaut haben dieses gerät ermöglicht es dem schiff in sekunden bruchteilen von punkt a nach punkt b zu gelangen wenn sich dieser test als erfolgreich erweist werden sich der menschheit vollkommen neue wege eröffnen wir haben den an bord computer mit dem für den sprung nötigen daten gefüttert wir müssen sicher gehen dass alles hundertprozentig koordiniert ist folgen sie also meinen kommandos wort für wort verstanden systemoffizier wie sieht es mit den antriebsanomalien aus wir haben die simulation gerade abgeschlossen die ergebnisse zeigen dass alles wieder normal ist es war nur eine kleine fehlkalkulation die den effekt der sonnenwinde nicht berücksichtigte systeme sind nun vollkommen funktionstüchtig es sei denn sie sind der meinung wir sollten alles noch einmal überprüfen nein nein es steht zu viel auf dem spiel wir können es uns nicht leisten den test weiter zu verzögern alle systeme auf standby ich möchte alle fünf sekunden einen situationsbericht von den stationen bio kommunikation und system in dieser reihenfolge starten sie den countdown auf mein kommando pilot sie haben den befehl den sprung zu initiieren wenn der countdown null erreicht wir werden die gesamte prozedur überwachen und den countdown sofort abbrechen falls irgendein problem auftritt sobald der sprung initiiert wird braucht das gerät zehn sekunden um die nötigen energielevel aufzubauen sie werden sich dann augenblicklich am zielpunkt bei den koordinaten zwei sechs drei acht vier wiederfinden bereit alle stationen auf standby sprung sequenz starten in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 1 0 starten experimenteller antrieb wird geladen 10% 20 30 40 50 60 70 80 90 figuren 90 70 30 40 40 40 41 42 41 41 42 42 42 53 44 44 44 45 45 Teamkontrolle, Sprungprozedur abbrechen. Wiederhole, Sprung abbrechen. Kann mich jemand hören? Abbrechen. Abbrechen. Alarm. Störung im Schiffstil. Systeme checken, wie sie hier. Schilder wie Funktion. Laser zerstört. Schiffstrumpf kritisch. So, jetzt sind wir zumindest mal woanders. Und wie es aussieht, sind wir hier in der Nähe von einem größeren Schiff. Ohne jetzt hier irgendwie was zu spoilern. Ja, wie manche könnte es ja noch neu sein. Aber, was ich verraten kann, wir sind hier auf jeden Fall mal im Profitbrunnen. Profitbrunnen der Teladi. Und, ja, und hier der Zerstörer, der begrüßt uns jetzt mal. Unser Computer versucht das Ganze jetzt mal zu übersetzen. Und dann versuchen wir es noch einmal. Ich denke, wir haben nun Sprachkompatibilität erreicht. Ich bin der Kapitän des Raumschiffes Phoenix, der Raumflotte des Teladi-Unternehmens. Wir haben einige Fragen an Sie. Wir können weder Ihren Schiffstyp noch Ihre Spezies bestimmen. Identifizieren Sie sich. Okay, so, er will wissen, wer wir sind. Und wir sind jetzt hier irgendwo. Aber das Experiment scheint ja nicht ganz so gut gelaufen zu sein. Deswegen fragen wir erst mal, wer er ist. Und, ja, die Antwort wird relativ, ähm, schmerzfrei. Wir stellen hier die Fragen, wer sind Sie? Genau, also wir sind Testpilot. Ihr Identifikationscode sagt uns nichts. Erklären Sie bitte, wer Sie sind. Und jetzt fragen wir erst mal, was passiert ist. Wir haben Sie Ihre Position zu verändern. Wir scannen Ihr Schiff. Wir wurden gescannt von Teladi Phoenix. Der Kapitän des Raumschiffs Phoenix, Teladi-Unternehmens spricht. Warum haben Sie nicht erzählt, dass Sie argonischer Herkunft sind? Wir dachten schon, Sie arbeiten vielleicht für die Split oder gehören gar zu den Xenon. Ja, ich meine, wir kennen die Fraktionen theoretisch schon, aber wir können ja trotzdem mal kurz erfragen, welche Infos da noch hinten dranhängen. Warum streiten Sie die argonische Herkunft ab, wenn Sie Ihnen doch so ähneln? Das müssen wir näher untersuchen. Und dann, wer sind die Xenon? Warum behaupten Sie, die Xenon nicht zu kennen, den furchtbarsten Fluch des Universums? Okay, und die Split? Wir haben diplomatische Schwierigkeiten mit dem Volk der Split. Okay, also wir sind von der Erde. Wir kennen diesen Ort nicht. Weitere Untersuchung ist erforderlich. Geigen Sie, wo Sie sind, während wir Ihren Anbordcomputer nach Tateien scannen. Wir wurden gescannt von Teladi Phoenix. Sie erzählen die Wahrheit. Wo ist dieser Ort der Erde? Wir haben noch nie von ihm gehört. Okay, wir sagen mal im Sonnensystem. Okay, wo sind wir? Wir befinden sich im X-Universum in einem Sektor des Teladi-Unternehmens. Und wie sind wir hierher gekommen? Keine Ahnung. Unser Navigator behauptet, Sie seien einfach vor uns aufgetaucht. Ja, und zurück. Ich schlage vor, Sie versuchen es auf demselben Weg, auf dem Sie hergekommen sind. Okay, jetzt hätten wir gerne Hilfe von unserem Teladi-Freund hier. Ihr Chef hat kein defensives Schild. Sie brauchen ein Schild oder Sie sterben mit wenigen Minuten. Wir bauen ein Megawatt-Schild in Ihr Schiff. Das macht dann 3000 Credits. Credits, genau. Natürlich tun Sie das. Das ist unser Standardpreis für das Skill. Okay, wir wissen gar nicht, was Credits sind. Wir haben noch keine. Er hat uns jetzt mal ein Schild eingebaut. Und hätte gerne noch Geld. Und jetzt fragen wir mal, wer das Teladi-Unternehmen überhaupt ist hier. Das Teladi-Unternehmen kontrolliert diesen Raumsektor. Okay, und wie viele gibt es noch hier? Der Kapitän des Schiffes Phoenix, der Raumflotte des Teladi-Unternehmens, spricht. Wie ich sagte, das macht 3000 Credits. Bitte. Okay, er will erstmal Kohle haben. Wir haben überhaupt gar nichts. Teladi berechnen alles. Andernfalls würden wir keinen Profit machen. Okay, mein Schiff ist leer. Das ist nicht unser Problem. Und jetzt fragen wir mal, ob er uns umsonst hilft. Wer ist Argon? Wo ist Argon? Wir haben ein Problem. Sie schulden dem Teladi-Unternehmen eine Menge Credits. Die müssen Sie bezahlen. Können aber nicht. Und jetzt können wir noch nach Profit fragen. Finde ich auch sehr charmant, dass eigentlich das Wort hier überhaupt mit drin ist. Aber gerade für jüngere Spieler, so wie ich damals, war das eigentlich ganz so interessant, was hier unser Profit dann verstanden wird und hin und her. Und dieses Wort Profit hat sich ja tatsächlich über alle X-Teile bis in X4 bei den Teladi gehalten tatsächlich, ne? Profit ist Leben. Sie müssen bezahlen. Ich denke an einen Kompromiss. Wir leihen Ihnen 100 Credits. Damit können Sie handeln. Und zahlen uns später 3500 Credits zurück. Okay, also jetzt gibt es hier noch so einen Dialog. Im Grunde kommen wir hier auf das gleiche raus. Zurückzahlen. Wir werden Händler. Wir sollen jetzt, also er leitet uns 100 Credits. Wir sollen handeln, Profit machen und später alles wieder zurückbezahlen. Und jetzt können wir noch fragen, warum uns das überhaupt leihen will. Wir Teladi sind eine großzügige Spezies. Solange wir Profit machen können. Na, wohl wahr. So, die Zeit. Wir hätten die Credits gerne so früh wie möglich zurück. Okay, angenommen, ich bin nicht einverstanden. Die Teladi werden Sie dann als Pirat betrachten. Ja, okay. Hier gibt es Piraten. Wir werden noch weitere Fragen. Sie werden Händler und zahlen ihre Schulden. Dann beantworten wir vielleicht wieder Fragen. Okay. Navigation. Wir werden uns zeigen uns, dass Sie weder über Waffensysteme noch über Schilde oder eine Navigationsausrüstung verfügen. Wie kann ich navigieren? Wir werden Ihnen helfen. Warten Sie, während wir die Informationen auf Ihren Schiffskomputer übertragen. Okay, was denn? Informationen, die Sie zum Überleben benötigen. Okay. Ob ich ihm vertrauen kann? Ja, das spielt, glaube ich, jetzt auch keine Rolle mehr. Sie haben keine andere Wahl. Ohne Navigationsinformationen werden Sie dort draußen sterben. Und der Preis? Betrachten Sie es aus einem Akt der Freundschaft der Teladie einem Fremden gegenüber. Aber wir warnen Sie. Missbrauchen Sie niemals unsere Freundschaft. Erhalte neue Informationen für die Datenbank. Nun verfügen Sie über das nötige Wissen, um mit dem Handel zu beginnen. Und wie machen wir das? Einfach. Sie kaufen und verkaufen. Okay. Ähm, ich habe nichts zu kaufen. Was soll ich kaufen? Unser Universum ist sehr groß und vielseitig. Es gibt viele Dinge, die man kaufen kann. Und viele Orte, wo man sie wieder verkaufen kann. Handel ist Leben. Und wo? Es gibt viele Fabriken, die gewillt sind, Ware gegen Credits zu handeln. Okay. Wann starte ich dann? Jetzt verdienen Sie Geld und bauen Sie Waffen in Ihr Schiff. Wenn Sie an die bösen Xenon geladen, werden diese Sie vernichten, wenn Sie sich nicht verteidigen können. Hm. Wann? Wohin sollte ich stehen? Verschwinden Sie hier und reisen Sie zur nächsten Fabrik. Beginnen Sie zu handeln. Hm. Was für eine Fabrik? Art von Fabrik. Die Fabriken produzieren verschiedene Götter, aber Fabriken benötigen dazu Ihre Salzgüter. Betragen Sie Handel. Verdienen Sie Credits. Also im Grunde wird ja hier erklärt, es gibt auch Fabriken, die stellen Waren her, brauchen dafür gewisse Waren, um diese neuen Produkte herzustellen. Und ja, das ist eigentlich so die Basis von X und die zieht sich ja auch bis heute soweit durch. Und jetzt fragen wir noch gerade nach Lasern hier. Verlegen Sie zum nächsten Ausrüstungs-Dock und kaufen Sie Laser, sobald wir sie leisten. Also später und die Xenon. Wenn Sie sie sehen, sind Sie bereits tot. Der Kapitän des Chefes Felix, der Raumflotte des Teladio-Unternehmens, wünscht Ihnen guten Profit. Ja, das war ja ne, naja, ne interessante Unterhaltung, sage ich mal so. Jetzt sind wir hier im X-Universum angekommen. Und ja, wir sind hier im Profitbrunnen. Das ist so der Hauptsektor hier von den Teladi. Und alle Stationen, die wir jetzt hier sehen, also hier sind drei Stück. Da haben wir hier noch ne große. Die dürfen wir alle kennen. Ne Handelsstationen. Das Design zieht sich ja bis heute durch. Und noch diverse andere Stationen. Und da haben wir noch ne Schiffswerft tatsächlich. Und ja, noch die diverse andere Stationen. Und das war's schon. So, jetzt können wir uns das natürlich alles mal angucken auf ne Karte. Achso, die haben wir noch gar nicht. Ne Karte gibt's hier tatsächlich im ersten Teil erst mal noch nicht. Die müssen wir tatsächlich kaufen, denn wenn ich die Karte hier anwählen will. Taktisches Navigationssystem nicht installieren. Ja, ne, also Karte in neueren X-Spielen kostenlos. Die haben wir hier im ersten Teil nicht mehr dabei und mehr Infos bekommen wir ja auch nicht. Also die Infos, die er uns jetzt gegeben hat, die sind zwar eigentlich super effizient, nutzen aber einem Neuensteiger in der Regel überhaupt nichts. Ja, und das Tutorial gab mir jetzt auch nicht wirklich viel mehr her. Ja, jetzt fliegen wir hier erst mal auf diese Station da unten. Das ist ein Ausrüstungs-Doc. Und ja, wir kommen hier nur so hin. Und ich hab jetzt gerade hier den Boost an. Und damit fliegen wir jetzt hier zum Ausrüstungs-Doc. Der Boost zieht uns hier die Schilde komplett leer. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwo anecken, dann sind wir instant down. Denn eine Hülle gibt's hier noch nicht. Also die wurde hier noch nicht erfunden in dem Sinn. Beziehungsweise es gibt nur den Schild und wenn der Schild auf Null ist und man bekommt Schaden ab, dann ist das ja, endgültig. So, wir können jetzt hier theoretisch mit dem normalen Antrieb hinfliegen oder halt mit dem Boost. Der Schild lädt sich auch jetzt hier wieder auf, sobald wir den Boost hier rauslassen. Ja, fliegen wir erstmal hier zum Ausrüstungs-Doc. Tja, und ihr seht, ohne Boost dauert das unheimlich lange. Deswegen beschleunigen wir nochmal eine Runde hier. Und um auf der Station landen zu können, seht ihr hier ja dieses tolle Underbucht hier. Und um die zu nutzen, müssen wir die Station noch anfunken. Hier ist das Ausrüstungs-Doc der Teladi im System Profitbrunnen. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Ja, wir wollen landen. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Okay, so, jetzt sind nämlich hier die Lichter auch grün und hier öffnen sich die Tore. So, wir dürfen ja auch tatsächlich noch schneller reinfliegen, wie dieser grüne Balken da links angezeigt, äh, anzeigt. Wenn wir schneller fliegen, dann können wir hier nicht andocken. Und ja, nochmal kurz zu den Kessler-Ringen hier. Aus dem Grund gibt es das hier im Tutorial, dass man überhaupt auf die Station kommt. Im Namen des Vorsitzenden Keo wünscht Ihnen, dass Teladi unternehmen großen Profit und heißt Sie willkommen an Bord des Ausrüstungs-Docs. Okay, so, jetzt sind wir auf der Station. Ja, und das war's. Also mehr können wir hier tatsächlich auf der Station nicht machen. Wir können hier noch nicht mal speichern, das kommt später. Das ist einige von den wenigen Stationen, wo man nicht direkt speichern kann. Warum sind wir hierher geflogen? Wir haben 100 Credits, wir brauchen mehr, damit das Ganze schneller geht. Deswegen verkaufen wir jetzt den 1-Megawatt-Schild, den wir bekommen haben 1-Megawatt-Schild, 1-Megawatt-Schild, entfernt. Und kaufen hier im Endeffekt das Sinsa, also den, ja, der Sinsa-Antrieb. Und ansonsten brauchen wir hier eigentlich nichts weiter. Wir docken jetzt hier ab. Und ja, wir fliegen jetzt hier ganz normal noch mal raus. Und das war unsere Interaktion mit einer Station. Denn aufstehen, rumlaufen ist da noch nicht gewesen. Deswegen finde ich den ersten Teil halt mega. Wie gesagt, ich habe das mit 10, 11 Jahren gespielt, so in dem Dreh. Und war richtig happy mit dem Spiel. Und man hat sich ja damals als Kind ja dann auch so ein paar Gedanken gemacht, ja, was müsste hier noch sein, damit das Spiel ja so richtig cool wird. Und da kommen wir noch dazu. So, jetzt fliegen wir erstmal hier hoch zur Handelsstation. Das hat einen einfachen Grund. Mal erstmal hier beschleunigen. Wir können uns jetzt hier über diverse Tasten, ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, Informationen aufrufen. Zum Beispiel hier, wir sind jetzt eine halbe Stunde hier unterwegs. Wir haben unseren Kontostand, wir haben den Sektor und die Titel sind im Grunde dann auch letztendlich die Ränge, also das, was als Ruf in den neueren Teilen dann letztendlich bekannt war, ist. Ja, wie viele Schüsse haben wir ab? Also noch so ein paar Statistiken hier, ja, wie viel Weg wir zurückgelegt haben und so weiter. Das sind sogar die ersten Raketen vom Tätorial mit dabei und und unsere Treffereffizienz ist, naja, es geht. Und ansonsten haben wir dann noch einen Lock und ja, da steht im Grunde auch nichts großartig jetzt drin hier. So, das Ganze gibt es natürlich noch für das Schiff hier. Ja, wir haben kein Schild, kein Laser, keine Raketen, wir haben hier nur den Sinzer und das war's schon. Unser Schiff hat noch nicht mal eine Klasse, das halt ja experimentell ist und wir hier in einem neuen Sektor sind und so weiter und ja, Hülle gibt's keine, wie gesagt, also wenn wir jetzt hier irgendwie angegriffen werden oder irgendwas anecken, dann sind wir instant weg hier. Aber dafür können wir jetzt hier den Sinzer nutzen und ja, so bewegt man sich im ersten Teil vom X durchs Universum. Es gibt tatsächlich noch ein Upgrade hier für den Sinzer, es gibt noch einen Sinzer Boost, also eine Kombination aus Boost-Antrieb und Zeitverzerrung. Sieht aber auch die Schilde leer, also hält sich auch in Grenzen. Man kann aber auch hier schon im ersten Teil tatsächlich auch ein Drittwerkstuning machen oder eine Ruderoptimierung hier für die Steuerung. Also es gibt schon noch ein paar Sachen, die man schon hier machen kann, aber so am Anfang, ihr seht selber, wir sind halt mega langsam und ja, jetzt docken wir erstmal hier an. Und das ist auch die Stelle, die ich meinte, da sind bestimmt schon einige dann hops gegangen, nämlich wenn man hier zu schnell reinfliegt und ihr werdet irgendwann zu schnell reinfliegen, denn ihr müsst hier zwangsläufig überall andocken, um hier zu handeln und man neigt halt dazu bei einem häufigen Stationswechsel neigt man dazu relativ schnell zu landen, sagen wir mal so und das schnelle landen, das ist natürlich so eine Sache und dann ist man halt ruckzuck hier instant kaputt, so, jetzt haben wir hier einen Frachtraum, welchen Frachtraum haben wir denn überhaupt? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, wir können hier noch einen Laderaum Erweiterung kaufen, wir sollten vielleicht das taktische Navigationssystem kaufen, das kostet jetzt hier 500, ich denke das lassen wir noch raus, das brauchen wir noch nicht, wir werden jetzt ein klein wenig Laderaum kaufen, ja ich denke mal das reicht schon, weil das wird halt immer teurer, wie ihr seht, dafür geht es glaube ich auch unbegrenzt, also irgendwann kostet der Laderaum hier sehr sehr viele Kredits, sehr sehr viele Kredits, okay, so und jetzt können wir hier speichern über die Bergungsversicherung, also und wenn wir hier über die Waren gehen, bekommen wir zu allen Waren natürlich auch eine coole Info von der Computer-Tant Computer-Tant die Bergungsversicherung Seit jeher schließen Piloten eine Bergungsversicherung ab, die Versicherungsgesellschaft sorgt dafür, dass bei einem Schadensfall das Chip des Piloten repariert wird und dass seine persönlichen Werte auf den Zustand bei Vertragsunterzeichnung zurückgesetzt werden also im Grunde ist das hier eine Police eine Art Vollkasko und damit können wir hier speichern also das ist die einzige Chance hier zu speichern es gibt tatsächlich noch eine andere Möglichkeit später wenn ich mich nicht täusche kann man später bei den Gonern kann man glaube ich diese Bergungsversicherung kaufen die sind dann tatsächlich geladen und man kann die unterwegs nutzen ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher ob es schon im ersten Teil war oder erst in Extension aber okay jetzt haben wir gespeichert und dann können wir jetzt hier im Grunde abdocken und dann sind wir wieder im Raum so jetzt können wir uns mal hier noch ausrichten ich weiß nämlich dass das hier oben und unten ist hier im Sektor naja okay man könnte sich auch orientieren an den Toren wir haben ja hier die gelben Tore auf der Karte die werden auch immer angezeigt hier im Mini Head-Up Display ja und da haben wir Westen Norden ich meine ist klar dann sind wir jetzt hier richtig rum und ja was müssen wir jetzt machen wir haben aktuell 2101 Credits wir sind jetzt hier 41 Minuten unterwegs und brauchen wesentlich mehr Geld so jetzt haben wir hier diverse Stationen und bei den Telade sehen wir hier diese Stationen es gibt ja glaube ich zwei drei Stück hier im Sektor das sind ja Sonnenkraftwerke sehen wir im Grunde jetzt erstmal nur Energiezellen und den ungefähren Lager Bestand also keine Ahnung ist so drei Viertel voll den Preis sehen wir nicht da wir noch keine Handels Computer Erweiterung haben brauchen wir auch nicht wir landen jetzt da direkt und werden da mal kaufen Telade Gaia und hier sehen wir gerade in Telade Gaia also ein Transporter der Telade da muss jetzt unsere Kamera erstmal hinfliegen und das sind die ganz klassischen Telade Transporter so sahen die aus diese ja länglichen Teile hier so jetzt landen wir erstmal hier die Schiffe werden wir noch kennenlernen okay so man kann sich die Animation ja angucken oder man kann es auch mit Escape überspringen ist ganz cool mal die Station hier gesehen zu haben aber auf Dauer wird man sich natürlich nicht immer angucken und Energiezellen kosten jetzt hier 13 Credits das ist relativ teuer wir kaufen 40 Stück für 14 Credits ähm ja relativ teuer tatsächlich da oben ist noch ein Sonnenkraftwerk und jetzt können wir mal gucken da hinten ist eine Station das ist einer der Stationen die produzieren ähm Laser oder Raketen oder sowas in die Richtung also Schilde dürfen boost darf ich ja gar nicht benutzen also es fliegt uns die Kiste auch um die Ohren wenn das denn sogar gepatcht worden ist damals ich weiß es gar nicht mehr so jetzt müssen wir erstmal näher ran hier an die Station dass wir hier die überhaupt in unser Target reinbekommen so da sehen wir Energiezellen hat die Station tatsächlich noch mh gucken wir uns die mal noch an hier wir können natürlich auch eine andere beliebige Station nehmen ähm tatsächlich brauchen die glaube ich sogar alle Energiezellen so und hier sehen wir Energiezellen relativ wenig das heißt wir werden an der Station mal landen ja da müssen wir erstmal den Sensei anwerfen und die Station hier stellt Laser her ähm tja und da unten sehen wir was und da ist ein ja ein X4 würde man es ein L Transporter nennen oder ein Konstruktionsschiff besser gesagt da gibt es hier überall welch davon und Konstruktionsschiff ja wir können im ersten Teil von X auch Stationen bauen das gab es tatsächlich auch schon von Beginn an und jetzt sehen wir im ersten Teil ja wirklich auch so die Kernelemente von X ne also Handel Weltraum Stationen Waren Geld ne das hat sich bis heute ja wirklich gehalten auch okay ohne dass wir auch X nicht das X was wir heute kennen ja so ganz spektakulär sind jetzt hier die Fabriken innen natürlich nicht aber immerhin ne also das Spiel hat jetzt hier doch schon einige Jahre auf dem Buckel und wir können jetzt hier die Sachen verkaufen nochmal und dann haben wir naja wie viel Geld haben wir denn jetzt wir machen hier mal einen Speicherpunkt gerade bringen wir mal raus ja jetzt haben wir hier 451 also haben wir ungefähr 300 Credits oder was verdient bei der kaufen verkaufen Geschichte und jetzt können wir das weiterführen ne weil wir brauchen jetzt erstmal Credits das ist Fakt ohne Credits können wir ja relativ wenig machen im Spiel wir können theoretisch jetzt schon durch Tore fliegen oder wir können ja wir können im Grunde schon überall hin das ist ja auch ein Open Game Open World Game das heißt wir können da uns frei bewegen es gibt null Einschränkungen macht allerdings relativ wenig Sinn und ja wir handeln jetzt hier mit Energiezellen erstmal das heißt wir schippern jetzt hier zum Sonnenkraftwerk kaufen Energiezellen verkaufen die wieder kaufen wieder Energiezellen wir können ja mal gucken ob die zwei hier mal gucken bekommen haben wir die denn es macht halt Sinn die Energiezellen möglichst günstig einzukaufen dann fliegen wir nämlich nicht allzu viele Touren denn diese 14 Credits was sie rund gekostet haben das Stück das war schon relativ teuer wir gucken uns mal da oben das an ob das günstiger ist wir dürfen ja wir dürfen andocken ja da ist nichts mit Autopilot tatsächlich wobei es gibt doch einen den können wir aber erst viel viel später erhalten bis dahin müssen wir jetzt so arbeiten so was kosten die Energiezellen hier auch teils dann kann ich es nicht halten dann kauft man die wieder ein Beichern war gerade hier mal gucken wie viele Touren war jetzt gerade oh knapp ja also ihr wisst jetzt warum das mit dem Schild und Hülle damals noch nicht ganz so war wie heute das ist das was ich gemeint habe es gibt halt keine Hülle und ich habe das Ding jetzt hier gestreift und damit hat sich das Thema für uns aber wir haben ja zum Glück vorher gespeichert also kann da nichts weiter passieren und ich denke für die erste Tour reicht das für heute und dann werden wir da in der nächsten Folge einfach weitermachen wie gesagt nagelt mich da nicht drauf fest wie gesagt x3bird und hier der Teil den werde ich so neben Beispielen mal gucken wie intensiv aber ich werde da jetzt keine 3-4 Videos in der Woche glaube ich zu machen das eher nicht ja und ansonsten dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge bis dann ciao